SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Wir reden immer noch von Fußballvereinen, obwohl wir längst AGs und GmbHs haben. Wer steht hinter diesen Gesellschaften? Wer profitiert von dem gigantischen Geschäft um Übertragungsrecht und Merchandising? Herr Berger, Sie sind ja Redakteur der Nachdenkseiten im Internet. Nun haben wir schon mit mehreren Autoren dieser Nachdenkseiten in dieser Sendereihe diskutiert, über harte Themen wie Wirtschaftspolitik oder Demokratie. Fußball gilt dagegen oft als weiches Thema, als Unterhaltung. Aber ich finde, Ihr Buch zeigt eigentlich ganz schön, dass auch dieser unterhaltende Sport mit Politik und Wirtschaft viel zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen der Fußball zeichnet gesellschaftliche Entwicklungen nach und er gibt sie auch vor. Wenn wir uns beispielsweise mal jetzt den modernen Fußball anschauen, da muss man vielleicht zwei teilen, den Amateurfußball und den Profifußball. Der Amateurfußball trägt eine sehr wichtige Aufgabe zur Sozialisierung junger Menschen bei. Er ist allerdings chronisch unterfinanziert. Auch das ist natürlich jetzt ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir den Profifußball, in dem immer höhere, gigantische und unverständliche Summen mittlerweile umgesetzt werden. Bei denen allerdings auch wieder nur ein ganz kleiner Teil der Vereine, also dieses eine Prozent, den gros umsetzt werden, 99 Prozent der Vereine selber finanziell nicht sonderlich gut dastehen. Auch das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Auch der unregulierte Markt, der im Fußball seinen Stelldichein feiert, auch das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Ein weiterer Spiegel der Gesellschaft ist, dass nicht darauf geachtet wird, dass die Gelder, die eingenommen werden, dass sie halbwegs gerecht umverteilt werden. Und insofern möchte ich doch sagen, dass man den Fußball unterschätzt, wenn man ihn als weiches Thema einschätzt. Nun schimpfen ja alle über die FIFA und das auch mit Recht übrigens. Aber letztlich machen die Fans doch irgendwie alles mit. Bekommen wir also auch vielleicht den Fußball, den wir zumindest dulden? Ja, dulden, ja. Bei den meisten Fans ist da natürlich bei mir eingeschlossen eine gewisse kognitive Dissonanz. Man freut sich natürlich über qualitativ hochwertigen Fußball. Man schaut sich gerne die Fußball-WM an. Und das ganze Gebilde, das um die Fußball-WM entstanden ist, diese FIFA, ist eigentlich eher abstrakt. Die FIFA ist Veranstalter. Als Fußball-Fan interessiert einen das gar nicht sonderlich. Einerseits verständlich, andererseits auch wieder unverständlich. Denn es geht ja schließlich um Milliardensummen, die dort umgesetzt werden, die wir auch bezahlen, beispielsweise über unsere Rundfunkgebühren. Und bei denen wir natürlich als demokratisch engagierte Menschen auch gerne eine größere Kontrolle hätten, wohin diese Milliardensummen fließen. Und das ist in diesem korrupten System FIFA so gut wie unmöglich. Sie haben das vorhin schon angedeutet, dass es dieses Auseinanderklaffen von Arm und Reich auch im Fußball gibt. Und das ist ja in der Wirtschaft genauso gefährlich wie im Fußball. Denn in der Wirtschaft neigt der Kapitalismus immer zum Oligopol oder zum Monopol. Das heißt, dass es keine Konkurrenz mehr gibt. Damit gibt es auch keine Marktwirtschaft mehr, sondern eine Machtwirtschaft. Und genau dasselbe sehen wir ja im Fußball. Übrigens in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, eigentlich noch krasser als bei uns. Dass es im Prinzip in der Liga nur noch zwei wirklich interessante Vereine gibt. Was heißt interessant? Zwei wirklich starke Vereine. Ja, sportlich stark. Also zuerst sollten wir uns mal von diesem vorliegenden Deutschland gern gepflegten Vorurteil befreien, dass man mit Geld keine Tore kaufen kann. Also sämtliche Daten zeigen, dass man mit Geld Tore kaufen kann. Nehmen wir mal die deutschen Meisterschaften. Seit diesem Überraschungserfolg einmal von Kaiserslautern waren sämtliche deutschen Meister, deutschen Fußballmeister, auch die Vereine, die richtig viel Geld investiert haben. Und das sieht man auch weltweit. Und wir haben momentan eine Verteilungsstruktur der Gelder. In allen Bereichen, ob es jetzt das Merchandising ist, wo natürlich die erfolgreichen Klubs am meisten umsetzen, ganz klar, was die Werbeeinnahmen angeht. Auch da ist es klar, dass ein FC Bayern München höhere Werbeeinnahmen bekommt als ein Regionalligist oder als, nehmen wir mal beispielsweise den HSV. Aber auch bei den Fernsehgeldern ist es so. Früher war es so, vor den 90ern, dass zumindest die Fernsehgelder unter allen Vereinen gleich verteilt wurden. Heute ist eine Erfolgsprämie drin, die dafür sorgt, dass der FC Bayern München mehr als doppelt so viel Geld bekommt wie Vereine, die in der unteren Hälfte der Bundesliga am Ende der Saison stehen. Und mit diesem Geld kann man natürlich weiter Erfolg kaufen. Und so läuft es darauf hinaus, dass die Vereine, die ohnehin schon stark sind, die ohnehin schon oben sind, die ohnehin reich sind, dass die ihre eigene Position noch weiter stärken können. Was darauf hinausläuft, dass langfristig die Ligen langweilig werden, weil der Sieger meistens schon zu Beginn der Winterpause schon feststeht, haben wir in Deutschland. Das haben wir allerdings auch in Spanien, wo es dann nur noch zwei Klubs gibt, die ernsthaft um die Meisterschaft spielen. Das haben wir in Italien. In England ist noch ein bisschen größer die Spitze. Aber der Fußball, zumindest der Liga-Fußball auf den nationalen Ligen wird zunehmend langweilig. Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, dass der Abstand zwischen Bayern München und dem Rest doch so groß ist, obwohl es ja einige Firmenmannschaften gibt, hinter denen also wirklich richtig reiche Firmen stehen. Es gibt auch einige Oligarchen, sage ich mal, die Vereine besitzen und die sind ja auch richtig reich. Wieso ist der Abstand trotzdem noch so groß? Also diese Firmenmannschaften sind das auch allen voran. Aktuell der VfL Wolfsburg, die wohl auch mittelfristig und langfristig die einzigen sind, die den Bayern ernsthaft Konkurrenz da machen können. Den Oligarchen-Clubs, beispielsweise SAP-Club, da gibt es natürlich Reglements, die allen voran von der UEFA verabschiedet wurden, dieses Financial Fair Play, dass es Privatpersonen zumindest erschwert, Geld in die Vereine zu pumpen. Das ist allerdings für Unternehmen wie VW gilt das nur eingeschränkt, denn der große Trick, den VW macht, ist, dass es seine finanziellen Zuschüsse für Wolfsburg als Sponsorengelder vermarktet. Und da haben sie natürlich einen gewissen Freiraum. Laut einer selbstangestellten Studie sind es 150 Millionen Euro, die VW pro Jahr dem VfL Wolfsburg zuschießen kann, ohne dass sie da Ärger mit der UEFA bekommen. Und sowas ist natürlich vor allen Dingen wettbewerbsverzerrend. Denn wenn wir jetzt mal einen Club aus dem Mittelfeld nehmen, den 1. FC Köln beispielsweise, der hat nicht diese Möglichkeiten, durch einen Konzern so gigantisch hohe Zuschüsse zu bekommen. Und wenn der Konzern sehr groß ist, wie das bei VW ja der Fall ist, dann kann der natürlich auch seinen Zulieferern sagen, ihr müsst auch Sponsoren werden, obwohl ihr da eigentlich gar kein wirkliches Interesse dran habt. Richtig, bei Wolfsburg ist das der Fall. Wenn man sich einmal die Premium-Sponsoren von Wolfsburg anschaut, die kommen fast alle ausschließlich aus dem Bereich der Automobilindustrie. Da sind beispielsweise Hersteller von Industrierobotern oder von Lackiermaschinen für Automobilwerke zu finden. Da fragt man sich natürlich unweigerlich, warum ein solches Unternehmen nun einen Bundesliga-Club sponsort. Ja, die Frage stelle ich mir auch. Es macht weder vordergründig noch hintergründig, macht das Ganze einen Sinn. Ich möchte mal einige Bereiche ansprechen, die mir wirklich neu waren. Zum Beispiel Merchandising. Ich habe natürlich gewusst, dass es da irgend sowas gibt. Aber ich wusste nicht, dass es da einige Trikots gibt, die weltweit eine Million Mal und öfter verkauft werden. Und ich wusste auch nicht, wie die Kosten und die Verteilung der Einkünfte da funktioniert. Das ist ja ganz interessant. Wenn man sich beispielsweise einmal die Personalpolitik von absoluten Top-Clubs wie Real Madrid anschaut, da schüttet man natürlich den Kopf, wenn Real Madrid für 80 Millionen, 90 Millionen Euro einen Spieler einkauft. Nun muss man allerdings sehen, wie sich dieses Geld überhaupt refinanziert. Und dieses Geld refinanziert sich vor allen Dingen über den Trikotverkauf, über das Merchandising. Von einem Cristiano Ronaldo werden beispielsweise mehr als eine Million Trikots pro Jahr verkauft. Wenn wir das einmal konservativ rechnen mit 80 Euro pro Triko, sind das 80 Millionen Einnahmen, von denen Real Madrid, vor allen Dingen wenn sie es über ihren eigenen Fanshops verkaufen, sicherlich rund 50 Millionen Euro Gewinn mitmacht. Und dann sind plötzlich diese Transfersummen gar nicht mal so illusorisch, wie sie sich im ersten Moment anhören. Das Problem ist bloß, sowas kann natürlich Real Madrid machen. Kein anderer Klub kann das machen. Vor allen Dingen Klubs natürlich nicht, die auch in der oberen Hälfte der Ligen spielen und halt nicht über dieses weltweite Image verfügen und nicht die Möglichkeit haben, vor allen Dingen in den asiatischen Märkten hunderttausende Trikots zu verkaufen. Sie sagten eben 80 Euro pro Trikot, das war schon von 100 Euro die Rede. Das sind ja unglaubliche Gewinnspannen, denn so ein Trikot kostet ja fast gar nichts. Vor allen Dingen die Näherin, die das Trikot näht, bekommt so gut wie überhaupt nichts. Das heißt, das bleibt dann alles im Marketing stecken, im Zwischenhandel und natürlich bei den Vereinen. Na klar, so ein Trikot in der Herstellung, die näherin kostet, bekommt ungefähr 15 Cent für ein Trikot, das mit bis zu 100 Euro über den Ladentisch geht. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Trikots kommen allesamt von den Top-Ausrüsterfirmen, als da wären Adidas und Nike. Und wenn man sich einmal die Kostenstrukturen dieser Unternehmen anschaut, sieht man auch gleich, dass der mit Abstand größte Kostenfaktor das Marketing ist. Das sind dann die Ausrüsterverträge, wie beispielsweise der FC Bayern München kassiert 70 Millionen Euro im Jahr von Adidas. Das ist ganz interessant, wenn man sich beispielsweise mal anschaut, wie der Preis sich aus eines Sportschuhls zusammensetzt, der hier für 200 Euro über die Ladentheke geht. Da bekommt die Näherin in China nur unwesentlich mehr als der FC Bayern München, halt über den Umweg der Marketingkosten von Adidas. Und der Gewinnspann ist auch da natürlich riesig, weil das eben eine Marketinggeschichte ist. Bezahlt man 200 Euro für einen Schuh, den man in Deutschland auch für 35 Euro bekommen könnte? Absolut. Ich meine, die Margen sind sicherlich auch ordentlich, gerade eben von diesen beiden Unternehmen. Aber der Hauptkostenfaktor ist natürlich nicht die Herstellung. Der Hauptkostenfaktor ist der Einzelhandel, aber den lassen wir mal raus. Der Einkaufspreis des Einzelhandels ist der Hauptkostenfaktor, ganz klar das Marketing. Und diese Marketingkosten landen auf der Einnahmeseite bei den Top-Spielern und bei den Top-Clubs. Es sind nach Marketingstudien die zehn erfolgreichsten Clubs Europas. Verkaufen, Entschuldigung, mehr als drei Viertel aller Trikots von sämtlichen Clubs weltweit. Und passieren dementsprechend auch die Merchandising-Einnahmen. Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes. Erschienen übrigens im Westend Verlag, Preis 17,99. Sie können hier Fragen stellen, indem Sie hier anrufen. Wählen Sie bitte die Vorwahl von Saarbrücken, 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auf eine Mail schicken, Frage an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal die erste Frage. Also ich finde, dass der Fußball viel zu viel im Verhältnis zu viel finanziell gefördert. Also ich will halt einfach nur sagen, also Kultur soll doch mehr Anteile bekommen als der Fußball. Und man hat als Bürger hat man gar keinen Zugriff mehr. Ja, ich meine, Kulturförderung gibt es natürlich auch. Also auch das Theater, auch die Oper und so weiter werden gefördert. Allerdings mit einigen guten Gründen. Und das sind ja auch keine Wirtschaftsunternehmen, bei denen andere Leute sich dann wieder eine goldene Nase verdienen. Ja, muss man vielleicht auch differenzieren. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass kleine Amateurclubs gefördert werden, denn sie erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Ausgabe. Überhaupt kein Verständnis dafür habe ich, dass kickende GmbHs und kickende AGs, die Milliardenumsätze machen, dass die vom Staat gefördert werden. Und das ist der Fall, beispielsweise über Bürgschaften. Nordrhein-Westfalen hat über 100 Millionen Euro ausstehende Bürgschaften an Profi-Clubs. Hauptsächlich geht es da um die Stadien und auch um Schulden dieser Clubs, die vom Staat abgesichert werden zu Vorteilskonditionen. Und wenn ein Club mal pleite geht, was auch regelmäßig der Fall ist, dann ist dieses Geld weg und da muss dann der Steuerzahler für aufkommen. Und da kann man kein Verständnis für haben. Das geht ja schon los mit der Gemeinnützigkeit, denn selbst wirklich so extreme Nicht-Vereine wie RB Leipzig gelten aus irgendeinem Grund, der weder mir noch Ihnen, glaube ich, klar ist, als gemeinnützig. Ja, gerade bei RB Leipzig, also RB steht offiziell für Rasenballsport, aber eigentlich steht es für Red Bull, ist eigentlich eine Konzernmannschaft, die dort mit Milliardeninvestitionen pro Jahr übrigens, also für den gesamten Sportbereich von Red Bull, die dort generalstabsmäßig als nächster Champions-League-Teilnehmer aufgebaut werden soll. Und in der Tat, die gelten als gemeinnützig. Was mir ein absolutes Rätsel ist, da wird dieser konkrete Club noch nicht erst einmal die Grundauflagen an einen gemeinnützigen Verein mitbringen, als da wäre die Demokratie, die vereinsinterne Demokratie. Der RB Leipzig ist, wer Mitglied werden will, muss erstmal 800 Euro im Jahr bezahlen, was an sich schon sehr seltsam ist. Und dann muss er auch noch vom Ehrenrat des Vereins als Mitglied aufgenommen werden, was nie der Fall ist. Deshalb hat der RB Leipzig nur 15 ordentliche Mitglieder. Und diese 15 Mitglieder sind allesamt entweder Mitarbeiter von Red Bull oder Geschäftspartner des Red Bull-Konzerns. Und ja, auf diese Art und Weise wird natürlich das Prinzip des gemeinnützigen Vereins komplett unterlaufen. Aber auch andere Vereine wie Schalke 04 beispielsweise ist ein eingetragener Verein, der keine ausgegliederte GmbH hat, also keine Kapitalgesellschaft. Ein Verein, der ein negatives Eigenkapital hat, also der mehr Schulden als Besitztümer hat, der also normalerweise nach kaufmännischen Belangen komplett pleite wäre. Und das natürlich auch nur machen kann, weil diverse staatliche Institutionen, die Stadt Gelsenkirchen, das Land Nordrhein-Westfalen, diese Schulden garantieren. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht vor allen Dingen für kleine Vereine, die andauernd mit dem Finanzamt zu tun haben, um Gemeinnützigkeit darzulegen. Früher hat man am Sonntag oft im Gottesdienst gesagt, Donner, nobis, parchem, gib uns Frieden. Heute sagt man Donner, nobis, parchem et kirkensis. Und darauf weist auch Wolfgang Deges aus Losheim hin, dass es heute eigentlich doch so ist, dass dieses Motto, gibt dem Volk Brot und Spiele, immer mehr zutrifft. Wobei man natürlich dazu sagen muss, im alten Rom auch schon, das Volk wollte das.